Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unsere WO-Woche mit mir und Bully aus Hallöchen. Ja, moin sie zusammen. Huhu, wie war dein Freitag so? Oh, schön, Alter. Ja? Richtig, richtig geil. Ja, wir haben zwei Stunden gefrühstückt, ey. Zwei Stunden? Ich bin so voll gefressen, immer noch. Jetzt, um diese Uhrzeit noch. Ich bin satt. Ja, geil. Es ist jetzt 13 Uhr genau tatsächlich. Wir sind mega pünktlich mit unseren Aufnahmen. Ist eigentlich Frühstück ab einer bestimmten Länge automatisch Brunch? Äh, ja. Ja? Ja, okay. Ich glaube, wenn du, was weiß ich, um 10 Uhr anfängst und um 12 Uhr immer noch da sitzt und dann warmes Essen noch dazu gibt. Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, sonst gehst du in ein Restaurant rein, bestellst du Frühstücksbuffet und sitzt dann aber zu lange und dann kriegst du gleich noch Brunch-Buffet mit reinberechnet, Alter. Richtig tricky. Mega fies. Ach so, nee, 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 das ist ja vorher vorgegeben, ne? Ja, ja, denkst du. Ja. Sonst wäre geil. Sonst könnten sie das bei mir immer machen, ne? Also, wenn ich da noch sitze und dann auf einmal ein neues Essen gibt, Alter. Geil. Ja. Überhaupt kein Problem. Freunde, wir werden heute sehr, ja. Ich wollte nur sagen, solange ich mich nicht bewegen muss, ist alles okay. Sehr gut, genau. Wir wollten heute über nicht bewegen reden, aber wir wollten heute sehr weihnachtlich werden. Wir haben ja im letzten, ja, ja, im letzten Video-Wochen-Part haben wir ja sehr ausführlich über unsere Gedanken, unsere ersten Gedanken zu 8.1 gesprochen und haben seitdem relativ wenig groß gemacht, ne? Wir haben, glaub ich, nicht mal die Weekly jetzt außerhalb des Streams angefasst. Wir haben jetzt die Warfront auf Hordenseite mal gespielt. Und ich hab die gestern Abend auch gleich in der Runde schöner Verback gehabt, Alter, so richtig schön. Das End-Event ist einfach nicht gestartet. Da standen sich hier Sira und Maiev standen sich gegenüber. Du kommst mit Sira auch reden, ne? Für eine halbe Stunde haben wir da gewartet und immer wieder stand da, sie start Maiev an, wo ich so dachte, ja, schön. Ist das jetzt, ist das so ein Frauending oder hab ich nicht verstanden? Und dann standen wir da eine halbe Stunde und das Ding war ja aktiv. Das heißt, wenn jemand rausgegangen ist, kam noch ein neuer rein, ne? Und dann hatten die ersten schon die Makros vorbereitet, wenn einer reinkam, hi, wo geht's hin? Und dann so, ja, wir kommen im Vorhof der Hölle, ne? So, das war einwandfrei, weil es ist einfach nichts passiert und, ja, war klasse. Aber an sich, das Ding, je nachdem wie es geht, so 20, 25, 30 Minuten bist du durch. Ich find's deutlich dynamischer gestaltet auch als Arati. Ja, du startest ja schon, äh, nicht in der Base sozusagen, du musstest ja sonst, äh, in der Ratihochland den Boss killen und dann konntest du schon deine Base bauen. Ja, genau. Und so startest du gleich, was weiß ich, musst erst mal den Strand angreifen, du musst zu dem Punkt hinlaufen, hast du nicht gesehen. Mega nice. Ja. Find ich schon mal gut aufgebaut. Pflichten, pflichten, pflichten. Sick. Mega krass. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das System gefällt mit diesem überwiegend automatisch sammeln, so. Wobei ich jetzt auch gesehen habe, es ist gar nicht so. Bei unseren ersten Runs dachten wir, hm, okay, die Mine, kannst du einen halben Meter reingehen bis am Ende, ja, und die Bäume wachsen jetzt auch, naja, überraschenderweise, obwohl Dunkelküste und Nachtelfenzone nicht gerade aus dem Boden wie sonst was. Aber wenn man sich wie immer drauf konzentriert, dann geht das voll. Du hast jetzt ein paar weniger Erzlohren und so, aber wenn du aktiv sammeln willst, dann kannst du trotzdem aktiv sammeln. Du hast ja überall Bauarbeiter oder diese Abbauertypen, da spawnen ja auch die Teile teilweise. Ja. Also auch bei der Eisenschmiede oder Eisenmine da hinten, das war ja ein bisschen wenig. Ja. Aber bei den Holzfällern, da war überall, hast du auf der Minimap auf jeden Fall überall Punkte gesehen, wo man das mitnehmen konnte. Ja, Kriegsfront, liebe Leute, läuft, 385er Loot, beste. Ich habe mit meinem Dudu, habe ich vom Weltboss von der Dunkelküste, habe ich ein 385er Gürtel gerollt und habe von der Warfront-Belohnung ein 340er Gürtel bekommen und aus der Kiste nochmal ein 385er Gürtel. Also ich fühle mich langsam ein bisschen verarscht, aber sonst ist okay. Ja, Freunde, Weihnachten, oder hast du zu 8.1 noch irgendwas? Hatten wir noch irgendwas vergessen? Nur, dass man großartig noch nicht zu viel gekommen ist. Es ist so viel los im Moment. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe Sauerfang-Quests noch nicht gemacht. Uff. Vielleicht irgendwann im Stream oder so noch, wenn ich dazukomme oder so. Also ansonsten viel, viel zu tun mit beiden Warfronts im Wechsel, finde ich super im Moment. Dass du halt immer was zu tun hast. Du hast nicht diese anderthalb Wochen, wo du nichts machen konntest. Die Twings nachziehen ist im Moment sehr viel. Und ja. Apropos Twings, warst du bei Magni schon mit allen? Ne, habe ich auch noch nicht gemacht. Weißt du, dass wir uns gestern auch auf, weil Sharoone zufällig da war, um so ein Pet zu kaufen, zum Verticken und dann so, oh, ich habe hier eine Quest. Und dann ist das ja auch nicht eine Quest, wo du eine annimmst und wirst so aufgeboostet, sondern du kriegst ja jeder Einzelne. So, wenn du das noch nie gemacht hast und rennst mit deinem 320er-Herz rum, dann stehst du erstmal eine halbe Stunde bei Magni und kriegst diese ganzen Dialogsachen und musst da stehen und kriegst das Herz empowert. Dann musst du in die Kammer diesen gesichtslosen Schender da wegboxen und so und bist gefühlt jetzt auch völlig übertrieben erstmal fünf Stunden beschäftigt, um dann dein, was war das, 93er-Herz oder so rauszubekommen. Dann habe ich auch den ganzen einen Nachmittag gemacht, wo ich auch die Garnison komplett abgefarmt habe. Und dazu muss man ja sagen, es gibt so viele Punkte, wir haben im letzten Part ja nur drüber gesprochen, über Sachen, die wir machen, die uns beschäftigen. Von Prestige-Kisten über Dienstmedaillen, Warfronts, was du angesprochen hast, Inseln und so weiter und so fort. Und dann drücken die uns in der Woche ja auch noch die für uns wichtigste Weekly rein. So, mit den Music-Dungeons. Alter, also diese Woche ist auch, nächste Woche ist dann wieder schon, ach ja, kennt man, Weekly ist dann irgendwie Haustierkämpfe oder so ein Geschisse. Dann gibt es auch noch ein neues Brawl, das diese Woche aktiv ist, ne? Ja, das habe ich auch noch nicht ausgesucht, das würde ich auch noch gerne machen. Was ist eigentlich los? Wer ist tot, Alter, es gibt nichts zu tun und ich hoffe gar nichts. Es gibt ja immer noch Leute, also wir haben jetzt so viel aufgezählt, aber es gibt immer noch Leute, die sagen, ich mache Pause, weil es gibt nichts für mich zu tun. Nur halt Endgame-Content, Endgame-Content, drei, vier Wochen lang dann alles durchhaben und dann wieder pausieren. Ja, das ist an sich, haben wir ja auch öfter gesprochen, das ist ja an sich auch überhaupt kein Problem. Problematisch wird es dann, wenn das dann auf alle und alles am Spiel und so als komplett scheiße und unfähig und sonst was wieder, ach nee, lass uns da auch gar nicht drüber sprechen. Nee, das geht mir nur noch auf den Sack, die Scheiße, wirklich. Oh, heult nicht so rum, dann ist alles gut. So, ja, einfach, ich frage mich immer, wenn die Leute so nicht klarkommen und so eine Probleme haben im virtuellen Raum, was machen die denn, IAL? Ja, gar nichts. Wenn da der Hamster stirbt, dann ist gleich Suizid oder so, Alter, das ist, nee. Nee, ich will gar nicht drüber nachdenken. Wir kommen zu was Schönerem, wir kommen zu Weihnachten, ja. Ja, wollen wir so die Tage durchgehen, was wir machen? Ich habe nämlich gar keinen Plan gemacht. Ja, wir haben jetzt bald, also heute ist der 21., heißt der Part kommt am 23., ne? Ja. Geil. Boah, Mathe-Abi läuft bei mir. Mega. Und ja, am 24. bei uns ist immer gar nicht so viel. Meine Eltern sind ja geschieden. Und, ja? Ich muss da einwerfen, am 23. ist schon was bei mir. Bei dir? Oh, okay. Gut, dann lasse ich das kurz so stehen. Am 24. sind meine Eltern geschieden. Und jetzt du, haha, 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 tut mir voll Eier, aber meine ja auch. Ja, siehste. So, äh, am 23. ist bei uns, äh, Gans essen, weil wir sonst nicht zusammenkommen. Ah. Ähm, und, äh, Weihnachten gibt's halt Raclette, nee, Raclette, nee, das ist in die Pfanne da, nee, nee, egal. Die komme ich gleich nochmal zum, vielleicht fällt mir der Name noch ein. Aber auf jeden Fall gibt's am Sonntagmittag Gans mit, mit Oma, Opa, hier von Anni und so. Die Family macht das dann. Würdest du sagen, da gibt es ganz viel Fleisch? Ja. Geil, sehr schön. Also feiert ihr so eine Art Vorweihnachten, weil ihr so viele andere, ich sag mal, Weihnachtspflichten zu erledigen habt in der nächsten Zeit, dass ihr euch da eh nicht seht? So, richtig. Okay, geil. Ja, cool. Das glaube ich, das ist gar nicht so unüblich mittlerweile. So gerade wenn jetzt diese ganzen, naja, wie bei unseren Beispielen jetzt geschieden oder dann irgendwelche Patchwork-Families oder was auch immer. Aber so, umso älter man wird, umso mehr Kontakte hat man ja teilweise. Es sei denn, man wird so alt, dass die Kontakte gleich wieder ins Gras gebissen haben. Aber erst mal so in der Zwischenphase hat man, glaube ich, echt, ich glaube, ist gar nicht so unüblich, jetzt so einen Vorweihnachtstag zu machen. Ja. Krass. Ich hatte schon mal eine Zeit lang, wo wir dann auch am 27. oder 28. die Familie besucht haben und so, weil du einfach gar nicht mehr so richtig klarkamst, als Anni und ich uns zum ersten Mal kennengelernt haben und das erste Mal Weihnachten zusammen gefeiert haben und so weiter. Ja. Dann fiel ja eigentlich auch ein Tag bei meiner Familie halt weg und so weiter und so fort. Da musste man das nachholen und irgendwo hinfahren und so weiter. Wir haben es jetzt endlich organisatorisch geschafft, beziehungsweise wir haben einfach Leute weggelassen, an den drei Tagen ist das irgendwie hinzukriegen. Geil. Ja. Schön. Ich sehe Probleme auf mich zukommen, aber das ist vielleicht noch mal ein anderer Part. Ja, ich muss immer bei dem Wort Patchwork Family, ne? Das ist ja legend, das ist kein Ossi-Ding, ne? Nee, nee, nee. Das hätte mir jetzt auch gewohnt, wenn Patchwork Family ein Ossi-Ding gewesen wäre. Nein, nein, nur Plaste, Digga. Nur Plaste. Palmen aus Plaste, man kennt es. Und fick dich. Auf jeden Fall muss ich da immer an den Boss denken hier, ne? Patchwork ist ja Flickwerk aus Naxx und dabei, weiß ich nicht, wenn ich Patchwork Family höre, sehe ich immer so eine Familie aus Monstositäten, so eine kleine mit Zöpfen und eine mit Hut und so. Die Patchwork Family. Digga, Alter. Das geht ab. WoW ist einfach nur in my brain. Es ist einfach komplett im Arsch. Naja. Ja, 23. Nee, gar nichts bei uns. Wir schmücken tatsächlich nicht mal den Baum am 23. Es ist alles am 24. So, also Weihnachtsdeko steht schon. Ich habe sogar eine Kerze auf meinem Tisch. Die riecht so, ich habe die nicht mal an. Und die riecht so krass, dass ich mich seit die steht, irgendwie zwei Wochen mittlerweile oder so. Oder lasse die länger stehen. Ich kriege sowas für in der Regel gar nicht mit. Und die riecht, ohne dass sie an ist, komplett stark nach so, wie so ein Räuchermännchen, weißt du? Die so diese Duftkerzen und so ein Kram und so weiter haben. Und die hat mich so gewundert. Ich bin dann in der Bude rumgerannt, habe gedacht, ist hier irgendwo was an? Ist irgendwo was an? Ja, macht die Katze hier ein bisschen Feuerwerk schon oder so? Und nee, war gar nichts. War original gar nichts. Ja, toll. Gut riechende Kerzen. Wir müssen uns gar nichts kümmern, wenn es Deko oder Baum ist. So, ja. Wir haben keinen Baum. Gar nicht. Ja, also wir, also Anni und ich halt hier nicht in der Wohnung. Ja. Ihr Vater macht dann, schmückt den selber. Ja. Weiß ich. Damit wir am 24. Wenn wir da sind, einen Baum haben, der geschmückt ist. Aber ich habe gesagt, ich will einen Plastikbaum. Schön. Ich kaufe mir doch nicht jedes Jahr für 20 Euro so einen Baum und schmeiße ihn dann wieder weg. Ja. Das ist auch, nee. Ich habe irgendwann mal geguckt, ich glaube, es sind fünf Weihnachten. Dann habe ich den Tannenbaum wieder raus. Ja. Und kann dann mein Leben lang, muss ich kein Geld mehr ausgeben. Geil. Irgendwann, wenn du dann Kinder hast, so die Tanne, Plastitanne von vor 30 Jahren, komplett hässlich, umgeknickt, klein, so. Guck mal hier. Wir sind sehr sparsam. So. Und sie heulen da unter dem Baum, Alter. Können so heulen, wie sie wollen. Und dann so das Weihnachtsfoto, du so mit so einer Tasse Glühwein in so einem Sessel, komplett so am feiern und die Kinder so am heulen. Echt geil. Ah, das wäre toll. Ich würde es auf jeden Fall feiern, Alter. Ja, wäre geil. Ihr lernt ja was fürs Leben, Kinder. So. Wir sind ja eine Sparfuchsfamilie. Dass das Preisschild an dem Geschenk passt im nächsten Jahr nicht mehr. Können wir zurückgeben. Geil. Ja, man muss auch weiterdenken. Man muss auch weiterdenken. Apropos Kinder, der gute Silvino hat auch seinen Sohn bekommen. Sagt man das eigentlich so? Er hat seinen Sohn bekommen. Ja, Glückwunsch. Wir wünschen alles Gute natürlich. Schön. Aber wie sagt man das denn? Das klingt auch so einseitig. Du kannst ja sagen, er ist Vater geworden. Ja, das ist gut. Das ist toll. Ich fange nochmal an. Ein Sohn ist bei rumgekommen oder so. Das klingt super, ja. Ein Sohn ist bei rumgekommen. Und die war Krankenhaus. Ja, ach, naja. Ja, ein bisschen am Fuß, ne. Und ein Sohn ist bei rumgekommen. Ach, schön. Das ist schön. Das ist immer schön, wenn alles in Ordnung ist. Ja. Ja, kommen wir zum 24. Und 24. Ist bei uns halt Baumschmücken und halt so Bescherungs-Kaffee-Gedöns und halt auch richtig schön fressen, Alter. Schön fressen bei Muttern. Geil. Und, weißt du, also wird auch vermutlich gar nicht so spektakulär bei mir. Wir haben, außer fressen und saufen, ist halt auch nichts, ne. Das reicht doch. Bei mir, ja, auf jeden Fall. Aber es riecht sich bei mir halt nach den Tagen immer nur nach Muttern, dann, also Muttern und Familie, dann Vater und Familie und dann Reste fressen, wo man hinkommt, wer da ist. Das sind eigentlich die Tage. Das ist so mein Ablauf. Auf meistens, wenn es passt, weil die Familie väterlicherseits dann für den ersten, für den 25. quasi, für den ersten Weihnachtsfeiertag ist ja relativ groß, ja. Und da haben wir meistens dann irgendeine Räumlichkeit gemietet. Da wird dann halt gefressen, gesoffen und dann wird auch gemeinschaftlich wieder gegangen. Und meistens danach dann, wenn alle da sind, noch mit den Jungen so ein bisschen die Bars nochmal unsicher machen, nämlich die zwei, die wir haben. Lull. Und das ist, das ist eigentlich der Ablauf so. Gar nicht, gar nicht groß speziell, aber tatsächlich speziell genug, dass ich es vermissen würde, wenn irgendwas fehlen würde. Ja, das ist immer so das Myzische daran. Er hat sich auch dran gewöhnt, er hat sich drauf eingestellt und so. Wir, wir feiern ja normalerweise am 23. immer in Jesus Geburtstag rein. Ja, ich erinnere mich. Das klappt schon mal dieses, dieses Jahr nicht. Schade. Der gute Küssel, der ist im Urlaub. Ja. Und ich habe Bereitschaftsdienst, denn ich kann eh nichts trinken und ich gucke mir bestimmt nicht meine Jungs an, wie sie sich schon volllöten, einer. Ja. Und ich sitze daneben und trinke meine Apfelschorle oder sowas. Richtig schwul, Mann. Nix da. Mit zum Schirmchen drin. Und das wird, das, das, irgendwie, ich habe jetzt schon wieder Bock da, das mit den Jungs zu machen, ne? Ja. Du siehst halt um 24 Uhr das Lied von den Doofen über Jesus und so, das ist schon Tradition halt, ne? Jesus. Ja. Geil. Du musst vielleicht trotzdem nochmal erklären, was genau das ist. Ich glaube nicht jeder kann sich das vorstellen, was ihr tut, warum, wieso, was. Wir treffen uns am 23., das ist irgendwann mal aufgetaucht mit, als wir 16 waren oder 15 waren, haben wir uns bei mir im Partykeller getroffen. Geil. Gehen dann in die Gartenbude draußen grillen und feiern halt in Jesus Geburtstag halt rein. Er soll ja am 24. Geburtstag haben oder so, haben wir uns halt überlegt. Feiern wir rein, singen ein Geburtstagsständchen, also singen auch Happy Birthday und singen dann noch das Lied von den Doofen. Das ist toll. Und wir haben halt Glühwein, Bier und dann gibt's halt schön Halligalli-Drecksau-Party. Ja. Und dann sind wir auch durch. Irgendwann. Und dann geht's irgendwann zur Familie. Ja. Das fällt halt dieses Jahr halt aus. Schade. Ja. Also, ich bin auch froh, dass wir Silvester immer schaffen. Also mittlerweile sind wir ja so, weiß ich nicht, zerteilt auch, mittlerweile jetzt nicht menschlich, aber entfernungstechnisch. So, weil jeder irgendwo anders studiert, der Nächste will ins Ausland und so. Da bin ich echt froh, dass wir so ab und zu mal ein Geburtstag oder sowas wie Männertag in der Regel oder zumindest Silvester eigentlich Safe Call, dass das immer noch klappt. Das ist halt auch nicht selbstverständlich dann, ne? Umso älter man wird halt. Der eine wird da sesshaft, der Nächste da und dann bist du am Arsch plötzlich. Deswegen feiere ich das immer, wenn man auch so quasi, ne, ist ja jetzt kein erfundener Grund. Wobei manch einer würde auch sagen, dass das ein erfundener Grund ist, der Jesus Geburtstag. Aber davon gehen wir jetzt mal kurz nicht in die Richtung. Ja, und dementsprechend finde ich es nice, wenn das so funktioniert. So rein zwischenmenschlich. Voll toll. By the way, glaube ich, dass echt verdammt viele heutzutage die Doofen nicht kennen. Oder das ist... Ja, dafür gibt's ja Google. Googelt jetzt bitte. Ja, aber wir müssen feststellen, die Doofen sind eine sterbende Band. Ja, machen ja leider auch nicht. Jetzt im Jahr 2018, die Doofen sind eine sterbende Band. Letztens auch dieses Insta-Bild, weil man darf sowieso gar keine Kommentare mehr lesen, nicht? Bei Blizzard-Bildern generell einfach nicht. Völlig egal. Dieses Bild von Jizzis und Mike Krüger. Ja. Wow. Ich finde, die sehen sich schon ein bisschen ähnlich. Gut, ich meinte jetzt die Kommentare, aber ja, auch das. Auch das. Es gibt auch eine Seite. Pass auf, lass uns da ganz kurz drüber reden, bevor wir zu den folgenden Tagen kommen. Es gibt eine Seite auf Insta. Wir waren noch am 24. Das müssen wir merken. Wir waren, genau. Wir waren noch nicht mal fällig beim 24. Und zwar gibt es eine Seite auf Insta, Shoutout geht raus, sie heißt Rap Fakten mit U, ne, Fakten so. Und diese Seite hat von mir aus jetzt schon so 50 Posts und es ist alles komplett falsch geschrieben. Von den Namen der Artis bis hin zu sowas wie, wie statt tanzen, tanzeln und sowas, ne, und sowas zwischen Schweizerisch und Bayerisch und ausgedachten Dialekten und sonst was. Und jeder normal denkende Mensch erkennt halt, okay, das ist mit Absicht. Ja, weil es so bescheuert ist in einem Ausmaß, ja, ganz abgesehen davon, dass der Typ in seiner Insta-Story und so normal schreiben kann, wenn er möchte, in einem Ausmaß, wo jeder erkennt wirklich, okay, das ist ein Joke. Ja, toll. So, letztens zum Beispiel Bones MC geschrieben, B-O-N-S, so, ja, Bones MC und solches. Also, das ist nur der Anfang. Die Artisnamen komplett behindert. Und da gibt es Leute, vorrangig natürlich meiner liebsten, präpubertären, Fortnite-Tanzenden, Mützen-Tragenden, Vollheinis, die dann so schreiben, oh, lerne erst mal Deutsch und wie kann man hier nur so Fehler machen und in einer Art und Weise und langen Texten, die by the way auch sowas von mit Fehlern gespickt sind und so weiter, ne, wo ich mich wirklich frage, warum? Warum? Also, ich will jetzt auch gar keine Antwort, ich muss immer wieder meinen Frust ablassen. Okay. Man darf wirklich die Kommentare nicht mehr lesen. Es, nee, es ist, liebe Eltern, guckt, was eure Kinder am Internet machen, nicht mal, weil sie sich Pornos angucken könnten oder eine Waffe bestellen, sondern weil sie sich zum Klops ihrer ganzen Generation machen, Alter, mit dem, was sie tun. Das ist, nee, das, es macht mich so traurig. Richtig geil. Es macht mich, es ist ja nicht so. Dass du es genau so denkst, ey, das, ich wüsste auch nicht. Nee, das Schlimme ist ja noch, wenn du dann dem das versuchst zu erklären, man macht es ja eigentlich schon gar nicht mehr, aber wenn man es versuchen würde, würde es auch nur dumme Antworten. Ja, und dann, dann kommt noch sowas wie, boah, ich bin Gymnasium und so und ich bin, ich, ja, nee, sowas, halt wirklich so, das komplett, es ist wirklich das komplette Paket. So, was du dir früher ausdenken musstest, als Meme oder als Witz, das ist Realität geworden, weil jeder Volldulli halt wirklich Internetzugang hat und seinen Senf ablässt, ne. Es gibt ja nichts mehr, was wirklich erdacht werden muss, du musst eigentlich nur was Gutes screenshotten und fertig ist es. Und insofern, nee, das ist komplett traurig. Und dann halt so auch, oh, und so eine Bitches, weißt du, 13-jährige Bitches, die sich da hinstellen in den Kommentaren und so, oh, nee, deine Intelligenz beleidigt mich und so, und dann wollen das die Leute erklären, weißt du, und oh, nee, ihr seid mir auch zu dumm und damit gebe ich mich gar nicht ab und tschüss und so und tausend Lachs. Nee, ich könnte nur ausschlippen. Ich könnte, ich könnte nur. Sollten die Finger vom Internet lassen. Ja, wirklich, also es geht gar nicht mehr darum, um Jugendschutz und so, es ist, es ist was ganz anderes mittlerweile, es ist was ganz, ganz anderes und ich bin immer froh, wenn ich Leute sehe, die sagen, ich hab da gar nichts mit zu tun, ich hab kein Social Media, kein Facebook, kein Insta. Ich mein, ja, das ist okay, weil man sich damit selber schützt, aber man verpasst auch irgendwie was. Gleichzeitig auch was, was man nicht verpassen sollte, aber irgendwie kann man nicht mit angucken, wie die Gesellschaft immer weiter degeneriert und das ist doch irgendwo auch schade. Das ist irgendwo genauso gut wie auch traurig. Oh, nee, es ist, es ist alles, es ist nicht tragbar. Ich meine, ich will mich auch gar nicht hinstellen und sagen, wir waren als Kinder nicht genauso dumm. Ja, wir hatten halt die Möglichkeiten auch nicht und ich glaube, meine Eltern hätten auch gesagt, halt, stopp, mein Sohn, du machst dich da nur selbst zum Klops. Ja, aber du hast ja halt die Möglichkeiten, wo sich halt jetzt wirklich jeder zu melden kann, ne, und früher wurden die Dummen halt klein gemacht oder es kam halt nicht so raus, dass die Leute, die eine Stimme auf einmal hatten, die so behinderte Sachen dann schreien. Richtig, und jetzt hast du ja nicht nur einen, sondern alle anderen, die so, weiß ich nicht, ihre letzte Hörungsstelle, die so einsam stirbten, die scharen sich ja dann drum rum und sagen, hör, 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 toll, find ich auch, ey. Das ist wie früher im Unterricht, wenn du eine Fünf hattest, so. Dann warst du auf einmal Best Friends mit dem dummen Idioten, der hinten sitzt und sich nie wäscht, aber auch eine Fünf hat, ne. Ey, wir haben auch eine Fünf, ja, ey, cool, eine Fünf, schule ist scheiße. So, das ist genau dasselbe. Oh, nee. Freunde, Weihnachten. Kennt ihr eigentlich schon Weihnachten? Kommen wir mal zurück. Ah, 24, ich war ja schon so fertig, weil so wenig ist, dass ich schon im 25. auch war, ne, mit Vateranzseite. Wie ist dein Übergang, was machst du noch so? Äh, wir werden am 24. Ähm, alles vorbereiten. Essen, Sachen und so weiter und so fort, weil es gibt, man, es gibt nicht Raclette mit den Förmchen, sondern da, wo du das Fett warm machst und dann das Fleisch da rein tunst. Wie heißt das? Was ist das? Keine Ahnung, Ragout? Ist es mit R anders? Ja, Fett warm und das Fleisch da rein. Ja, du brutzelst das dann in dem Fett mit den Spießen und dann steckst du das so rein. Also Schaschlik oder was? Ja, oder Rinderfilet haben wir oder Schweinefilet. Also ich sehe es auf jeden Fall vor mir, frag mich nicht, wie es heißt. Oh, wie heißt die Scheiße? Auf jeden Fall machen wir das. So, bei Annis Eltern. Ja. Und meistens ist es dann auch erst um zwei oder drei Uhr zu Ende, weil es wird dann auch furchtfröhlich. Ja, sehr gut. Aber ja, wie gesagt, dieses Jahr halt nicht für mich, ne? Bereitschaftsdienst und so. Ja, da muss man, also... Ne, man muss auch schon. Das Schlimme ist ja, ich sag mal so, Bereitschaftsdienst, 500 Jahre verhältst du dich vernünftig, machst nichts, tust dieses, jenes und welches, bist einfach bright, wenn sie dich anrufen und dann machst du einmal was. Was heißt ich? Du trinkst, nimmst einmal am Bier oder so und dann kriegst du sofort den Anruf. So ungefähr, so ungefähr wird es passieren bei mir und deswegen werde ich mich auch strikt dran halten, nichts zu machen. Ah, schön. Mann. Geil. Dann kommt es noch so weit, dass bei der Bundeswehr aus Versehen das Waisenheim abgebrannt wird mit einem Drohnenbomber und nicht gezielt. Das wäre schade. Das wäre aber auch mal was Neues dann. Das war toll. Das kommt bei so immer daher, meine seltsamen Bundeswehr-Kinder-Jokes kommen daher, dass wir in unserer räudig-ranstigen Ossi-Klicke auch Leute hatten, die beim Bund waren und die halt mit Vorliebe davon gesprochen haben, wie sie sich vorstellen könnten, mit einer... Das Ding heißt so im Jargon, ne, die Hitler-Säge. Was hast du, das kannst du gleich nochmal definieren. Damit schön so MG-mäßig einfach den Leuten und Anstürmenden, weiß ich nicht, Gegnern einfach die Beine wegzusägen und die Kinderheime auseinanderzulegen und sonst was. Das ist, äh... Das war immer ganz mystisch so. Das war auch nicht mal im Vollsuff. Das war einfach, keine Ahnung. Ja, diese Waffennahen. Ja, also, aber auch gehörige Portionen. Ich sag mal, IQ war es nicht dazu. Ja, so in dem Dreh. Die Hitler-Säge hast du ja jetzt erklärt, ne? Ja. Hast du ja selber schon alles gesagt. Ach so, siehste. Das ist ein MG. Ich glaube, MG42 heißt das eigentlich oder so, von dem Jahren her, ne? Die Waffen hießen nach dem Jahr, als das rausgekommen ist. Ah ja. Und Hitler-Säge, weil die so viel Schuss in der Minute abgelassen hat oder wenn du draufgedrückt hast, konntest du so Schlange schießen, dass die Abfolge von den Kugeln, äh... die ja auch teilweise so, der dann die Knochen weggesägt hat, also ein Bein abgeschnitten hat und so weiter. Krass. Weil die Folge von den Kugeln, den Abstand, also wenn du von links nach rechts einfach gehst, ja? Die Waffe so, äh, schwenkst, sag ich jetzt mal. Hast du den Abstand der Kugeln, waren so minimal, dass du die wirklich schön abballern konntest, so? Alter. Deswegen kam dann der Begriff von den Amerikanern, glaube ich, nach dem D-Day, dass das die Hitler-Säge wäre. Ja, vorne, Weihnachtsspecial heute. Wer noch kein Geschenk hat, ja. So. Schöne Hitler-Säge, Alter. Aber, aber, ne, nur so. Also, das sind jetzt nicht zu 100% die Fakten, glaube ich. Also, es gibt bestimmt noch eine bessere Erkennung. Ja, es ging ja jetzt so um den, äh, den Volksmund, ne, und wie gesagt, das war bei uns dann so, die waren so begeistert davon und haben davon so geschwärmt, warum auch immer, keine Ahnung, ähm, naja gut, schon verständlich aus den, aus den Sachen, die wir eben aufgeführt haben, aber das war ein richtiges Meme bei uns, ne, das war so ein Klicken-Meme, das war immer, hol mal ein Bier und bring die Hitler-Säge mit, so nach dem Motto, okay, das war, naja, vielleicht ist das so ein Ossi-Ding, vielleicht, vielleicht ist das so ein Ossi-Ding, keine Ahnung, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ja, Freunde, wir sind beim, äh, man würde es vermutlich nicht wissen, aber wir sind beim zweiten Weihnachtstag, glaube ich, angekommen, ne? Ersten. Immer noch Ersten? Achso, ah, ich, ich bin auch immer, ich bin immer so beim Ersten, bin ich auch immer noch so am 24., weißt du? Achso. Das ist so der, äh, ja, aber du hast recht, wir sind beim Ersten. Ja, wie du's möchtest. Ne, ne, das ist schon korrekt, du hast recht. Wir können auch den 24. als ersten Weihnachtstag nehmen, da haben wir drei rein. Ne, dann kommen ja alle gar nicht mehr klar, das. Gut. Nichts durcheinander bringen, Leute. Richtig. Wir haben bestimmt jetzt schon so eine Basis geschaffen, dass irgendwo in einem kleinen gallischen Dorf in Deutschland, irgendwo beim Weihnachtsessen jetzt über die Hitler-Säge gesprochen wird. So. So, das ist. Wenn wir das geschafft haben, Alter, dann klopfe ich auf euch. Ja, da strahlen wenigstens bei Opa mal wieder die Augen. Ja, okay. Oh Gott. Der erste Weihnachtsfeiertag. Ja, also ich hab schon gesagt, da ist eigentlich nur nochmal so, eigentlich bin ich da schon satt. Und ich hab auch, wir haben auch immer so, so Naschteller. Ne, es sind überall eigentlich Teller mit Plätzchen und mit, mit Kuchen und mit, man frisst nur. So nur auf Toilette steht, glaub ich, noch keiner. Vielleicht, äh, mittlerweile doch. Und dann ist halt, ab Nachmittag ist Kaffeekuchen bei Vatern und dann geht's eben zu dieser größeren Familienverwandtschafts-Auflauf-Station, ne, wer's noch nicht gehört hat, obwohl ich das, glaub ich, auch in jedem Stream erzähle. Väterliche Seite. Meine Oma hatte allein fünf Kinder, davon vier meine Tanten, eine, eine, eine Kind ist mein Vater. Alle davon verheiratet, mindestens ein Kind, davon die Kinder, wiederum auch viele verheiratet Kinder und irgendwo bin da auch ich dabei. Weil, und das ist nur so der Grundkern, ne, dann kommen ja auch noch irgendwo Tanten, Großtanten, Onkel und so weiter und so fort. Ja, es ist immer ein großes Fest, ne. Es ist ein großes Fest und, ja, dann passiert einfach alles, ne. Dann gibt's wieder Essen, dann gibt's wieder Suft, dann die Kinder schreien rum und spielen. Da war auch jeder schicksalhafter Tag dabei, wo ich gegen die junge Tochter einer meiner Cousinen in Wings Club Uno oder so verloren habe. Das war mega sad auf jeden Fall und ich bin höchst gespannt, was dieses Jahr passiert. Meistens, meistens, äh, weil es sollte jetzt viele überraschen, aber ich saufe gern dann auch lieber in der Ecke als Wings Club Uno zu spielen. Die Ecken sind nur leider meist schon belegt. Also komischerweise. Sorry, ich wollte es mich schon kaufen. Online, um Cash. Komischerweise muss ich sagen, mittlerweile, äh, wenige scharren sich um diesen Kindertisch. Ja, wir haben dann quasi meistens so eine große Tafelung, so ein aufgestelltes U mit Tischen, ne. Und auf einer Ecke sind dann halt die Kinder, gibt ja dann auch Geschenke und so und die neuen Spielzeuge werden präsentiert. Und eine komplette Seite dieses U's, wenn man sich so vorstellt, ist voll mit Geschenkpapier, mit Kindern, die auf den Tischen, unter den Tischen, an den Tischen. Komischerweise sitzen viele Leute dann meistens sehr weit weg mit einem Bierchen in der Hand, ne. Und da sitze ich tatsächlich auch lieber. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich bin pünktlich dieses Jahr und kann mir einen schönen Platz sichern. Und danach dann im Idealfall sind die Jungen noch da und dann ist egal, wo man sitzt, weil dann hat man ein Level, wo man sowieso nicht mehr stehen kann. Ne, da ist dann auch der Mülleimer sehr bequem. Das ist meine Planung. Geil. Nice. Ich glaube, bei uns ab 25. Dieses Jahr ist ja sowieso alles ganz anders wegen dem Reinschaftsdienst. Ah ja, genau. Normalerweise fahre ich zu meiner Family, erst zu Muttern, dann zur Tante und dieses Jahr kommen alle zu mir, weil es halt zu weit weg wäre vom Dienstort und Blagedöns zeittechnisch. Man muss ja in einer bestimmten Zeit da sein. Ah, dachten alle, Haus ist reing, Läger. Ne, dachten alle, schön hier bei Mr. Gaming in der neuen Butze. Jawohl. Geil. Ne, 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 zum Glück nicht. Die wird das nächste Jahr abgerissen wieder. Okay. Ja, dieses Jahr kommen halt alle zu mir und ich muss nirgendwo hinfahren. Schön. Oh, ist das schön. Dann gibt es mittags Essen, bis, ich glaube meistens, die bleiben nicht lange. Family war immer so 18, 19 Uhr und dann ist der erste Feiertag vorbei. Schön. Das war es bei mir. Das ist auch noch Luft zum Zocken und sowieso dazwischen, ne, oder stehst du mit am Rad. Ja, wie gesagt, also wir haben ja, wenn dann immer vor gefeiert, also mit den Jungs halt immer gefeiert, vor Weihnachten halt gefeiert. Ah ja, richtig. Damit man halt das, ähm, das, das ganze Zeug halt mit der Familie halt schafft und so eine Scheiße. Ja. Ähm, deswegen, die Tage, die Feiertage, der erste, zweite, werden einfach nur ruhig. Cool. Alles chillig, ja. Cool, cool. Ich hab grad ne, ist auch weihnachtlich, ist noch ein Geschenk, hab ich bestellt, aus der Ukraine. Sollte da sein, am 17. ist, die letzte Meldung ist, am 30. ist es aus dem Sortiercenter oder was es ist, verschickt worden. Also wenn jemand irgendwo einen ukrainischen Lieferanten sieht, das ist mein Päckchen, Freunde. Was bestellt man sich denn aus der Ukraine? Na, es gibt ganz mystische Shops teilweise, wenn man auf Ebay oder Etsy oder wie das Ganze gedönst heißt. Es gibt ja, ich weiß nicht, was ist Etsy, ist das so das chinesische Ebay oder so? Ich hab davon noch nie, nichts gehört. Du hast noch nie davon gehört, dann ist es höchstwahrscheinlich so. Also es gibt ja außerhalb von Ebay auch noch solche, ähm, ich glaube Etsy ist auch so ein Ding, wo du quasi deine eigenen Produkte auch anbietest. Da gibt's auch ganz viele ukrainische Omas, die so Wollmörloks stricken und so ein Kram und sich damit dann quasi ein bisschen was dazu verdienen, ne. Und das ist wie so eine große, einfach wie so ein großer Flohmarkt, wie so eine große Börse. Ein bisschen anders als Ebay, ein bisschen breiter gefächert, halt mehr private Händler. Aber darum auch mehr lustige so, hab ich auch gefunden, so eine kleine Extrafirma auch irgendwo, weiß ich nicht, Polen oder so. Die so aus Holz, echt auch teuer teilweise, aus schönem Holz, solche eingravierten Horde-Allianz-Untersetzer macht und so, ne. Die wirklich so ganz viele Shops, die so ganz weit breit gefächert sind und solche Fan-Merchandise-Sachen quasi bedienen. Und ziemlich cool, also lohnt sich. Hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, für Leute, die noch Nerd-Geschenke suchen oder so, aber... Ja, aus solchen Shops bestellt man solche Sachen vom anderen Ende der Welt und dann kommen die pünktlich zum übernächsten Weihnachten auch an. Nice. Wenigstens kommen sie an. Wenigstens was. Ne, aber sowas mach ich gerne, so ein bisschen rumstöbern bei solchen Sachen dann. Ja, keine Ahnung, ich hab grad nur die Mail bekommen. Ihr Paket wurde, nicht vergessen, hier die dritte Erinnerungs-Mail. Ihr Paket sollte am 17. da sein, am 13. haben wir es zuletzt gesehen, ne. Schöne Weihnachten. Geil. Ja, 30. November. Na gut, ist nicht so lange her. Weihnachtsstress, ne. Das ist bestimmt auch... In der Ukraine ist das bestimmt auch so. Da ist Weihnachtsstress. Sagt man eigentlich mittlerweile Ukraine oder Ukraine? Boah. Das ist wie China, China und so. Mach was... Oh, hör mir damit auf. Ja. Oh, hör mir damit auf, Alter. Tatscht die Säge aus. Ja, für alle, die China aussprechen. Ich raste aus, Alter. Ist das so ein Ossi-Ding, oder? Ne, 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 ne. Ist es gar nicht. Es war aber auch schon so sägend. Ne, 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 ne. Wir hatten gestern im Stream auch drüber gesprochen und der Chat hat gebrannt. Und wir haben dann Erklärungsversuche gehabt. Der gute Gnolldemort hat sogar einen sehr guten geliefert. Keine Erklärungsversuche. Den habe ich aber vergessen. Pass auf, es gab aber auch einen. Es gab aber noch einen. Und zwar vom Englischen. Ist sicherlich nicht richtig, aber es waren Erklärungsversuche, ne. Zum Beispiel von Character. Ja. Dass wenn du irgendwie so englische Wurzeln hast oder was weiß ich, so Character, China, Chemie, weißt du, dass es daher kommt. Also da kommt es nicht her. Dass es daher kommen könnte. So. Ja, teilweise. Also wir haben die interessantesten Erklärungsversuche. Aber wir sprechen ja, wir schreiben ja, wie schreibt man? Scheiße. Ja. Ich bin zum Glück richtig gut in Deutsch. Mhm. Wie schreibt man, äh, Charakter in Deutsch? Mit K in der Mitte und CH am Anfang. Charakter. Ja, wirklich. Ja. Okay. Ja, du googelst nebenbei. Ich google es leicht. So, gefick dich. Ich würde es nicht. Ich kämpfe gerade gegen den, äh, Griesgraben. Ich kann gerade nicht googeln. Kämpf gegen den Griesgraben. Bereitschaftsdienst. Ne, ich kämpfe gegen den Griesgraben. Muss Weihnachten retten, Digger. Was ist los? So, ich habe für dich gegoogelt. Charakter. So, ich hatte recht. Schön. Sehr gut. Dann ist okay. Charakter. Ja, ne, keine Ahnung. Gut, das ist vielleicht auch ein Thema für eine andere Weho-Woche, aber. Ja, okay. Wie es so ist. Ne, dann gebe ich mich erstmal damit zufrieden. In jedem Fall kommt da mein Paket her. So. Schön. Toll. Wir waren... Das freut mir. Waren wir jetzt beim ersten fertig? Ja, also ich ja. Ja, weil bei mir nicht viel ist. Bei mir, ich hatte ja jetzt auch alles. Dann haben wir noch einen zweiten. Und der zweite ist, ich will mir gar nicht sagen. Ab und zu geht es zwar noch zum Opa mütterlicherseits, aber da ist auch mal was und mal nicht. Null. Obwohl es auch immer schön ist, davon abgesehen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das auch am ersten. Und dann bin ich ja eh nicht da. Dann bin ich bei der anderen Familienseite. Und es ist immer ein großes Hin und Her gewesen auch. Deswegen am zweiten ist, wie gesagt, bei uns meistens rumliegen, Reste fressen. Und gucken, was die Katze alles am Baum zerstört hat. Das ist so. Das Rumliegen gefällt mir auf jeden Fall. Das ist geil, ja. Zehn von zehn würde liegen, Alter. Ja. Geil. Und bei dir? Bei mir ist das so, dass von Anni die Familie fahren wir besuchen. Hier Cousine und so. Ja. Und das wechselt sich halt immer ab. Es sind drei Familien und jedes Jahr fahren die anderen beiden Familien zu der einen Familie. Ah, okay. Und dann wechselt sich das ab, dann fährt man zu der anderen und so weiter und so fort. Und ja, da ist das Fressen und Saufen wieder voll Programm. Nur dieses Jahr nicht für mich. Nur das Fressen auf jeden Fall. Ja, und was, wenn irgendwie so eine Rotweinsauce gereicht wird? Ja, das geht. Ja, komm. Das geht. Ich muss ja nicht an der Rotweinsuppe die ganze Zeit schlürfen. Doch, du fragst dann, wie hast du denn die gemacht? Mit welchem? Sei mal die Flasche, helf ich mal Etikett lesen. Dann mal kurz, ja, zack, Alter. Darf doch keiner wissen. Flasche Rotwein am Abend ist gesund, habe ich gehört. Also ich werde definitiv, das sage ich jetzt schon, das ist mir auch scheißegal, am Heiligabend da mit den Eltern und Anni anstoßen. Ja. Aber ansonsten denke ich mal, bleibe ich mit. Können wir, dürfen wir das sagen, was so dein Einsatzgebiet wäre quasi? Du bist ja jetzt nicht irgendwie Sanitäter oder so, der dann zu so einem Notfall kommen würde. Wo auch noch so ein anderes ethnisches Level wäre, dass wenn du jetzt Sanitäter auf Bereitschaft bist und kommst dann besoffen und musst irgendwie ihn reanimieren oder so. Das ist ja jetzt nicht dein Aufgabenfeld, ne? Nee, nee. Also, wenn du gerufen wirst, ohne hast du ein bisschen Intus. Ja, ich kann mir ja mal ein bisschen erklären. Also das ist ja, ich glaube, das ist nicht so dramatisch. Ich bin ja hier in keinem, wie heißt das? FBI. Ja, irgendwie sowas, ne? Also, ich bin für die Netzwerktechnik zuständig. Von ganz Deutschland? Ja! Nein, fast. Wir haben ja ein neues Transportmittel in der Luftwaffe. Oha. Wenn man schon was sagt. Ist das so ein unsichtbares Ding? Ja, natürlich. Unsichtbar und bombt halt alles weg. Nein, Mann. Und diese ganzen neuen Gerätschaften, die die Bundeswehr bekommt, beziehungsweise hier NATO-Bündnispartner und so weiter, ist ja halt alles Hightech. Ja, klar. Und das muss ja dann auch mal netzwerktechnisch angeschlossen werden und so weiter. Und dafür bin ich sozusagen Administrator. Okay. Kann man sich so das vorstellen. Wenn da halt was ausfällt, muss halt einer hin. Als wenn jetzt irgend so ein NATO-Professor sagt, so, wen ficken wir heute richtig zu Weihnachten? Und dann hat er so einen Bleistift in der Hand. Und das hat unser Musiklehrer früher immer gemacht für eine mündliche Leistungskontrolle. Hat er das Klassenbuch aufgeklappt mit dieser Namensliste und hat mit seinem Bleistift den so oben angefasst am Radiogummi und dann so drüber schwenken lassen ganz schnell. Und dann musste irgendwer Stopp sagen. Und wo er dann gelandet ist, der musste zur mündlichen Kontrolle dran. Und so macht das dieser NATO-Professor dann. Und dann landet er genau bei Bolias Gaming. In Klammern bitte auf Twitter folgen. Kann er mich gerne anrufen. Ja, dann schickt er so eine ganz neue, weiß ich nicht, so einen neuen Mini-Panzer, so, den man den Leuten irgendwie ins Nasenloch in der Nacht irgendwie einführt. Und der explodiert dann, so ganz neue Technik. Und dann musst du so ein Shit irgendwie verkabeln mit so einer Pinzette oder so. Richtig geil. Ich glaube, ich habe eine sehr genaue Vorstellung von deinem Berufsfeld. Ja, richtig. Genau das, was ich mache. Sehr gut. Ja, deswegen gibt es auch viele Leute, bei mir auch, die in so Mehrfamilienhäusern wohnen mit so verschiedenen großen Wohnungen und verschieden vielen. Und die dann, wenn ein Durchzug ist oder so, die unten diese Tür ritzen, so abdichten, damit der Wind nicht pfeift und durchkommt. Das macht man nicht wegen der Luft oder wegen Spinnen, sondern wegen diesen kleinen Panzern, Alter, die in deiner Nase explodieren. Und das will nur wieder keiner wahrhaben. Okay, alles klar. Ich werde mich da mal informieren. Sei bereit, ja. Ja, ja. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Ja. Eben. Klar, Digga. Ja. Sag das nicht so, ich mache mir da nur Sorgen. Nein, ist alles, ja, ist okay. Klar, Digga. Ja, ja, komm hier. Mach mal Nase auf jetzt hier. Geil. Geil. Ja, hast du auch so in deinem Portemonnaie so ganz viele Fotos von kleinen Panzern? So wie andere Leute von Jan Enkel. Ich erinnere einfach mal ein Flugzeug, ne? Ja, so, der Lifestyle. Schön, wie so den Flugzeugauspuff reibst und so. Toll. Ja, Freunde. Ich heirate mein Flugzeug. Geil, Alter. Schön Objektophil Gaming, Alter. Richtig gut, Mann. Richtig gut. Ja, das alles. Ja, einfach, das alles zu Weihnachten. Ja. Oder geht noch was bei dir? Nö, gar nicht halt. Also ich habe ja zum Glück Bereitschaftsdienst gebe ich vor Silvester ab. Geil. Und da treffe ich mich dann auch wieder mit den Jungs und so weiter und so fort. Und also von daher geht halt dieses Jahr leider nicht so viel. Ja, aber schon. Ruhig und besinnlich. Ja, also da gibt es ja auch Schlimmeres. Wie ich vorhin meinte, eine Luft nach oben ist ja immer, ne? Aber wie gesagt, da ich jetzt so auch, ja, nicht das erste Mal, aber so, ist auch schon eine Weile her, aber seit Abitur, seit es jetzt alles so zerstreut hat, ne? Sonst hatte man ja immer die Phase, waren alle einfach da. Weil wo sollten sie hin? Ja, wenn sie jetzt nicht umgezogen sind oder so mit den Eltern. Und jetzt plötzlich da, der eine studiert in Rumänien. Die andere Hälfte sitzt in Halle rum. Gut, ist jetzt nicht aus der Welt, ne? Aber es verstreut sich halt nicht weniger mit der Zeit. Das ist ja bei uns jetzt schon wieder vorbei, ne? Die Jungs sind ja schon wieder alle da. Der eine war ja in Fürth, der andere war in Kassel. So. Jetzt sind sie alle wieder da Richtung Hannover. Ich glaube, seitdem er in Hannover ist, bin ich der, oder war ich vorher derjenige, der am weitesten weggezogen ist von den Jungs. Oh, siehst du? Ja, ich bin auch so ein Verrückter. Herrlich. Crazy einfach. Völlig crazy. Aber ansonsten sind eigentlich viele wieder in die alte Heimat gegangen, ne? Das ist cool. Ja. Schön. Das machen die dann, wenn ich weg bin oder so. Ja, wir kommen jetzt zurück, ne? Alle wieder da, ja. Toll. Dann bist du der Weltenbummler. Super. Tschüss. Genau. Schön irgendwie Pyramiden in Ägypten besteigen und was man so alles macht. So Transformers-mäßig. Geil. Ja, liebe Leute, das war's dann soweit uns. Was war denn das für ein Satz? Da fehlt noch was. Kannst du ja nochmal anfangen. Es ist nichts passiert. Ich schneide das einfach raus. Ja, Freunde, das war's dann soweit von uns. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und wünschen allen von euch, dass ihr die Weihnachten habt, die ihr haben wollt. Oder ich glaube, besser kann man's gar nicht formulieren so. Weil der eine fährt den besinnlichen Film, der nächste Scheiß drauf will alleine sein. Der andere hat vielleicht gar keine Lust auf Weihnachten, weil irgendwas war, irgendwas Doofes passiert, was weiß ich. Insofern wünschen wir euch einfach trotzdem eine schöne Zeit. Und wir hören uns, hören wir uns nochmal. Vielleicht machen wir auch eine Video-Wochenpause jetzt erstmal, Freunde, bis zum nächsten Jahr. Ich hab ehrlich gesagt keine Übersicht gemacht, wie's dann jetzt aussieht mit Feiertagen. Ich glaub, das machen wir spontan. Das machen wir relativ spontan. Ihr werdet es dann merken. Ansonsten, ihr wisst Infos, Social Media und so. Easy game. Ja, deswegen. Habt eine schöne Zeit. Habt einen schönen, ja, Silvesterabend. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn's nicht so toll war, hoffen wir, das nächste wird für euch besser. Ja, und wenn's gut war, dann noch besser. So einfach ist's. Positivität, das kann so einfach sein. Es muss sich einfach steigern. Eben. So, es muss nach oben gehen, Freunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch nur das Beste. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut.